Ich kann mich noch gut erinnern, letztes Weihnachten, als die Nachrichten über den Lastpass-Hack herauskamen, durfte ich über die Weihnachtsfeiertage hunderte Passwörter migrieren zu OnePassword. Und jetzt, wieder in der Vorweihnachtszeit, gab es einen Hack bei OnePassword. Die Hacks der Woche mit Martin Haunschmid. Herzlich willkommen zu den Hacks der Woche. Ich habe es letzte Woche schon erwähnt, der Identitätsdienstleister Okta wurde gehackt. Da war es so, dass sich ein Angreifer in einer Support-Plattform eingenistet hatte. Und zum normalen Prozess bei Okta im Support gehört, dass die solche HAR-Dateien anfragen. Das sind Archivdateien, die bestimmte Requests im Browser protokollieren. Und da drinnen sind die Nutzer-Sessions der jeweiligen Okta-Kunden. Da hat es mehrere Unternehmen erwischt, unter anderem Beyond Trust, Cloudflare und OnePassword. Gleich vorweg, es wurde auf keine Kundentresore, keine Kunden-Kundinnen-Daten zugegriffen. Das Ganze war relativ hablos. Aber ich habe ein paar Probleme damit. Und zwar gab es da einen internen Report, der öffentlich wurde und der hat relativ wenig Vertrauen geschaffen. Und zwar kriegt ein OnePassword-Mitarbeiter der IT-Abteilung eine E-Mail, dass jemand alle Admins aus deren Okta-Instanz exportiert hat. Der hat das aber nicht angestoßen und fand das verdächtig und hat das direkt gemeldet. Und so kam dieser Incident ins Rollen. Soweit alles richtig gemacht, nur gab es da einen kleinen Fakt, den ich ein wenig komisch finde und der auch vielen anderen ein wenig sauer aufgestoßen ist. Und zwar hat OnePassword vermutet, damals war noch nicht klar, dass der Hack über Okta kam, dass das macOS-Betriebssystem in irgendeiner Form kompromittiert war. Und hat da eine Gratis-Version von Malwarebytes drüber laufen lassen und die hat nichts gemeldet. Und ja, das klingt so, als wäre hier einfach ein Gratis-Antivirus verwendet worden und dann dieser Incident ad acta gelegt. Und dass hier bei einer Firma in diesem Bereich, Cloud Password Manager, mit einer Bewertung von mehreren Milliarden Dollar so vorgegangen wird bei einem Incident, das ist dem Ganzen ein wenig unwürdig. Das würde nämlich heißen, dass irgendwie keine vollwertige EDR auf Geräten der IT-Abteilung läuft. Und das wäre schon hart. Ich kenne mich mit Okta jetzt nicht so genau aus, aber die Funktionen, die da verwendet wurden in diesem übernommenen Okta-Account, das sind welche, die meiner Ansicht nach eher von Admins verwendet werden. Und auch war das ein Rechner eben aus der IT-Abteilung. Diese Export-Admin-Liste war nämlich nicht die erste Aktion, die die Angreifer getätigt haben in der Okta-Instanz. Das war nur die erste, wo es aufgefallen ist. Die haben es nämlich auch vorher schon geschafft, einen neuen Identity-Provider, Google in diesem Fall, hier hinzuzufügen. Korrigiere mich, wenn ich hier falsch liege, aber das kann eher nur ein Okta-Admin. Die Optik ist also etwas schief zur Zusammenfassung. Es wurden hier mehrere hochverdächtige Aktionen getätigt, die anscheinend keine Alarme zur Folge hatten. Plus diese ultraspezifische Nennung von einem Gratis-Antivirus sorgt für Fragezeichen. Und da wurde 1Password etwas zerlegt in den sozialen Medien, aber eben nicht wegen der Dinge, die im Report stehen, sondern wegen den Dingen, die eben nicht im Report stehen. Also zumindest ein, ah ja, und unsere vollwertige EDR-Lösung, die natürlich auf allen Geräten der IT ausgerollt ist, hat auch kein verdächtiges Verhalten bemerkt. Wäre ein Satz, den ich da in diesem Report gerne drinnen gehabt hätte. Aber aus dem Report geht auch hervor, dass das natürlich nicht die einzige Aktion war. Die haben dieses MacBook auch offline genommen, da kann also keine Schadsoftware mehr aktiv sein. Sie haben alle Credentials des betreffenden Nutzers rotiert. Die haben Okta sofort gehärtet, die haben sofort die Alarme für diese Aktionen im Okta-Tenant hinzugefügt. Und sie haben die Anzahl an Okta-Admins reduziert, sowie deren Passwörter auch noch rotiert. Könnte man fragen, warum das nicht schon vorher passiert ist, aber das scheint hier noch glimpflich ausgegangen zu sein. Und OnePassword hat hier hoffentlich daraus gelernt, genauso wie sie hoffentlich aus dem LastPass-Hack gelernt haben. Aber das hat schon ein paar Blindspots vielleicht aufgezeigt. Also dass hier einfach nur durch die E-Mail, die gesendet wird, wenn ein Admin-Export fertig ist, das auffiel, ist schon ein Problem. Hätten die Angreifer diese eine Aktion nicht getätigt, wäre das vielleicht unentdeckt geblieben und am 2. Oktober gab es dann tatsächlich einen Login-Versuch über diesen Google Identity Provider, der zu diesem Zeitpunkt natürlich schon gelöscht war. Also der wäre vielleicht sogar durchgegangen und ein Login in die Produktivumgebung von OnePassword hätte funktioniert, wenn das nicht so aufgefallen wäre. Plus zu diesem Zeitpunkt hat Okta ja noch nicht einmal herausgegeben, dass sie gehackt wurden. Am 2. Oktober oder 3. hat BeyondTrust erst gemerkt, dass es da ein Problem gibt. Das Okta-Statement kam ja erst am 19. Oktober, wo sie zugegeben haben, dass es hier einen Angriff gab. So, Fazit. Muss ich jetzt schon wieder alle Passwörter migrieren? Nein, muss ich nicht. Das Produkt ist so gebaut, dass selbst wenn alle Tresore abhanden kommen, plus Angreifer das Masterpasswort haben, die trotzdem nicht entschlüsselt werden können. Also da ist man safe. Aber natürlich, so Dinge, wenn die öffentlich werden, zeigen immer wieder, dass eigentlich alle nur mit Wasser kochen. Und ich sag's wie es ist, wenn dieser Hack wie bei LastPass noch eine Phase 2, eine Phase 3 hat und immer kritischer wird, dann gehe ich wirklich zurück zum Offline-Notizbuch mit Passwörtern drin. Spaß, aber irgendeine selbst gehostete Bitwarden oder so wird's dann. Wenn du einen Pentest oder IT-Security-Beratung benötigst, melde dich unter martin.atverserie.at. Vergiss auch nicht, das Video zu liken, den Kanal zu subscriben und mir auf LinkedIn zu folgen. Zu Citrix Bleed. Um ehrlich zu sein, ich habe wirklich den Überblick verloren über diese Sicherheitslücken, aber die merke ich mir. Citrix Bleed. Alleine der Name lässt schon Nostalgie aufkommen. Der erinnert nämlich an die Hardbleed-Lücke aus, musste ich nachschlagen, 2014. Damals war es möglich, über bestimmten Input in OpenSSL Teile des Speichers zu leaken an einen Angreifer. Und wie es mit Speicher so ist, sind da auch Dinge drinnen, die nicht öffentlich sein sollten. Dasselbe Prinzip jetzt bei Citrix Bleed. Und zwar sind betroffene Citrix ADC Netscaler und Gateway in bestimmten Konfigurationsmodi für die Details bitte unbedingt immer auf der Seite des Herstellers nachschlagen. Auf jeden Fall lässt sich die CVE 2023 4966 über den Host-Header ausnutzen. Wird als Host-Header nämlich 24.576 mal ein bestimmter Buchstabe, zum Beispiel das große A, übergeben, dann gibt es einen Crash. Und im Zuge dieses Crashes gibt Citrix hier Teile des Speicherbereiches Preis. Und darin enthalten ist in sehr, sehr vielen Fällen das Session-Cookie. Man kann sich also dann einfach so einloggen. Das ist eine der kritischeren Information-Disclosure-Lücken der letzten Zeit. Hat eine CVSS 9,4. Und das heißt also, dass man sich at scale, also wirklich sehr, sehr einfach, einfach alle Admin-Sessions hier aus dem Citrix ziehen kann. Und natürlich wird diese Lücke schon aktiv ausgenutzt. Kein Wunder. Man kann sich hier einfach mit einem Request die Sessions holen von Personen, die da eingeloggt waren. Also eher die Admins. Es gibt schon ein Update, also wie immer Update einspielen und die Empfehlungen von Citrix befolgen. Die sagen da alle aktiven und persistenten Sessions einmal rotieren und löschen. Ist sicher keine schlechte Idee. Aber das kann nur der Beginn einer weiteren Analyse sein. Das Ding kann ja schon kompromittiert sein. Und ich bin echt schon langsam im Überlegen, so ein niederschwelliges Threat-Hunting-Angebot für spezifische Sicherheitslücken, die aktiv ausgenutzt wurden, anzubieten. Weil schon langsam kommt es mir vor, als müssten IT-Dienstleister und Sys-Admins hier schon fast jede Woche zumindest ein paar Stunden drauf verwenden, zu checken, ob nicht die aktuellste Lücke schon ausgenutzt wurde und einen Incident im Unternehmen zur Folge hatte. Es reicht halt oft kein, sind wir betroffen, ja, nein, wurde ein neuer User angelegt, ja, nein. Da hängt ja meist mehr dran. Und noch einmal, wenn du einen Pentest benötigst oder IT-Security-Beratung, melde dich unter martin.adversary.at. Ich für meinen Teil hoffe wirklich, dass ich nicht wieder über die Weihnachtsfeiertage Passwörter migrieren darf, dass es hier keine Phase 2 und 3 des One-Password-Hacks gibt. Aber wir werden sehen. Bis nächste Woche.